Hallo! Hier machst du an und aus. Hier machst du ganz normal die Lautstärke. Bei Tune kannst du zwischen den beiden DJs wechseln. Wenn du ein bisschen rauscht musst du ein bisschen Feinpfleger. Viel Spaß! Guck! Guck da! Guck! Guck da! Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.